Seniorinnen und Senioren. Isolation als Lohn? Bis zu 15 Prozent der Seniorinnen leben heute in einer Parallelwelt. Das heißt, sie sind sozial isoliert und es hat direkte und massive Auswirkungen auf ihre soziale, physische und psychische Gesundheit. Seniorinnen-Coach ist ein Präventionsprogramm, mit dem wir Senioren aktivieren wollen, ihnen Sinn geben wollen, aber sie auch aus der Isolation bringen wollen, sie vernetzen wollen. Dieses Seniorinnen-Präventionsprogramm ist jetzt zwei Jahre alt und Sie haben sicherlich erraten, auch hier gibt es 0 Prozent Unterstützung seitens der Entscheidungsträger.